Musik Guten Tag meine Damen und Herren, es geht um Ihr Gehirn. Und heute möchte ich anknüpfen an einen Film, den Sie vielleicht gesehen haben, nämlich von Woody Allen, uralter Streifen, was Sie schon immer über Sex wissen wollten. Und da gibt es eine Episode, wo der menschliche Körper als Zusammenspiel von verschiedenen Modulen betrachtet wird. Da sieht man so eine Kontrollzentrale mit Schaltbildern und da sitzen ein paar Leute und dann geht es plötzlich Gehirn an Auge, guck mal was da ist. Und dann Auge an Gehirn, da ist was zu essen, Gehirn an Hand ausfahren und die Gabel nehmen und reinstechen und zum Mund führen und dann noch Gehirn an Magen jetzt anfangen zu verdauen und dann sitzen die da in Bulldozern und verdauen diesen Krempel, der da aus dem Mund runterfällt. Noch ein paar 20, 30 Zentimeter weiter unten sitzen so kleine Fallschirmspringer und warten drauf, dass sie vielleicht auch noch gebraucht werden. Und sie haben die Idee, es geht sozusagen darum, dass der Körper miteinander so irgendwas macht und sich die einzelnen Körperorgane miteinander was mitteilen. Das war vor 30 Jahren einfach nur lustig und ist es heute auch noch. Aber heute kommt was dazu. Heute kommt dazu, dass die Gehirnforschung seit einigen Jahren Bilder machen kann von, ich sag mal, Interaktionen zwischen Gehirnteilen, die, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so viel anders sind als von dem Regisseur und Schauspieler Woody Allen vor 30 Jahren angenommen. Was hat man gemacht? Nun, man wollte wissen, wie bestimmte Gehirnteile, wie die miteinander sozusagen bestimmte Leistungen vollbringen. Wir alle haben ja so die Idee, hier sitzt der kritische Verstand und wenn ich irgendwie was machen will, was ich wirklich will, dann muss ich immer wieder mit dem kritischen Verstand sagen, also du musst es jetzt machen und du musst es jetzt machen. Und zum Beispiel benutze ich den Verstand dann eben auch, um zu sagen, nee, also ich würde jetzt vielleicht ganz gerne was essen gehen, weil ich jetzt schon Hunger habe, aber nein, ich will jetzt erst mal die Sendung fertig drehen, also bleibe ich jetzt da stehen und mache mal weiter, obwohl mir vielleicht der Magen knurrt. Und da haben wir alle so das Gefühl, da nehmen wir hier unseren Verstand und sagen, unseren Gefühlen, jetzt kommt Zeit mal ein bisschen still, später kommt ihr auch noch dran, jetzt müssen wir erst mal das machen, was eigentlich Sache ist. So haben wir das Gefühl. Mittlerweile können wir zu dem Gefühl objektive Messungen und Beobachtungen hinzufügen und das ist das Neue. Das geht noch gar nicht so lange und eben erst seit wenigen Jahren, wo man dem Gehirn bei der Arbeit zuschauen kann. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, wie das geht. Man muss die Leute in so eine Röhre tun, großer Scanner ist ziemlich aufwendig im Hinblick auf die Technik, was es kostet und so weiter. Aber man kann durch clevere Maßnahmen interessante Dinge tun. Eine Arbeitsgruppe in Frankreich wollte wissen, was passiert, wenn sozusagen der kritische Verstand den Emotionen sagt, kommt, jetzt beruhigt euch mal ein bisschen, es geht jetzt erst mal darum, was anderes zu machen. Und im Vergleich dazu, was passiert, wenn der Verstand das nicht tut und einfach die Emotionen so ihren freien Lauf bekommen. Man hat deswegen Männer in den Scanner gelegt und in Sexfilme gezeigt. In der einen Bedingung hat man gesagt, oh, guckt es euch einfach an und freut euch. In der anderen Bedingung hat man gesagt, also passt mal auf, wir wollen, dass ihr sozusagen nicht auf das Ganze so reinfällt und wir wollen, dass ihr euch sozusagen am Riemen reißt und eure Emotionen, dass ihr die irgendwie im Zaum behaltet. Das waren die zwei Bedingungen. Und dann hat man geguckt, wo in den Gehirnen dieser Männer ist sozusagen Aktivität. Einerseits, wenn die Emotionen kochen und wenn es durchbricht und andererseits, wenn man genau das versucht zu verhindern. Schauen wir uns mal hier die Bilder an. Was man hier sieht, sind Gehirnschnitte mit den üblichen bunten Flecken darauf. Und die Gehirnschnitte sind etwa so durch den Kopf gemacht. Und man sieht hier oben, das sind die wichtigen, dreimal hier so einen gelben Fleck. Und dieser gelbe Fleck zeigt, wo im Gehirn der Versuchspersonen, wenn man das über die statistische Mitte, über alle Versuchspersonen nimmt, ist mehr los, wenn die sich jetzt also so ein Filmchen angucken und das auch sozusagen genießen dürfen. Nun hier, das muss man wissen, deswegen möchte ich es kurz erläutern, hier wird geguckt, was sehe ich denn eigentlich. Also hier wird sozusagen Verarbeitung des Gesehenen geleistet. Das ist trivial, dass da ein bisschen was los ist. Interessant, wenn Männer Sexfilme angucken, dann spielen die Hormone verrückt, sage ich mal salopp. Und das hier, der Hypothalamus, ist genau das Zentrum, wo die Steuerung von Hormonen abläuft. Also man sieht, da ist was los in diesem Zentrum, weil es eben jetzt um hormonelle Veränderungen geht. Des Weiteren ist hier was los. Und das ist der Mandelkern. Und der Mandelkern ist eine Struktur, die sehr automatisch abläuft. Die sozusagen ganz wesentlich einfach nur unmittelbar reagiert, wenn irgendwas ist. Also wenn Sie zum Beispiel, das macht der Mandelkern auch, jemandem in die Augen schauen und der reißt die Augen auf und Sie sehen so ein bisschen das Weiße um die Augen, dann wird der Mandelkern aktiv. Können Sie gar nicht ändern. Und das passiert einfach so. Und wie man seit kurzem weiß, sehr, sehr zuverlässig. Und so dass man sagen kann, wenn wir das Weiße um die Augen sehen, dann ist ganz klar, dass wir sehen, da hat jemand Angst. Weiterhin ist es so, dass Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall haben und bei denen hinten die ganze visuelle Verarbeitung nicht mehr funktioniert und die deswegen blind sind, wenn man denen Fotografien von Gesichtern vorlegt, die, wenn man sie fragt, was siehst du da, sagen sie, ich sehe nichts, gar nichts. Wenn man sie aber fragt, welcher Gesichtsausdruck ist das, dann liegen sie überzufällig richtig, indem sie einschätzen können, das ist ein ängstlicher Mensch, ein freudiger Mensch und so weiter. Das heißt, sie können die Emotionen einschätzen. Wie wir heute wissen, liegt das daran, dass hier der Mandelkern, der kriegt vom Auge ziemlich direkt, ohne den Umweg des ganzen visuellen Systems hier hinten, seine Informationen und kann ganz schnell emotionale Dinge erfassen. Noch ein Beispiel, darüber habe ich schon mal gesprochen, Sie laufen durch den Wald und sehen irgendwas auf dem Boden liegen und noch bevor Ihr visuelles System rausgeknobelt hat, oh, das ist so eine gelb-schwarz-gestreifte Schlange, die Ihnen vielleicht gefährlich werden kann, hat Ihr Mandelkern eine schlechte Schwarz-Weiß-Kopie von der Schlange und sofort geht Ihr Blutdruck hoch, Ihre Muskeln werden angespannt und Ihr Puls geht hoch und Sie können entweder losrennen oder mit dem Ding kämpfen und das noch bevor Sie überhaupt wissen, was das ist. Ganz praktisch, von denjenigen, bei denen das nicht funktioniert hat, stammen wir natürlich nicht ab, umgekehrt, wo das gut klappt. Diejenigen haben sicher einen Überlebensvorteil und deswegen haben wir alle einen Mandelkern, der unglaublich toll und automatisch funktioniert. Nun, der Mandelkern, der also für emotionale Verarbeitung zuständig ist und der normalerweise sehr automatisch anspringt, da können wir gar nichts dafür, das passiert einfach, ist aktiv oder war aktiv in diesem Experiment, als die Männer in dem Magnetresonanz-Tomografen sechs Filme gesehen haben. Nun hatte ich ja schon gesagt, in der anderen Bedingung wurden den Männern die gleichen Filme gezeigt, aber es wurde ihnen gesagt, pass mal auf, bleibt cool. Und die Gehirnaktivierung, die man dann messen konnte, die sehen Sie hier unten. In allen drei Arealen, von denen man erwarten kann, dass sie aktiv sind, finden sie nichts. Das heißt, es wurde weder besonders viel verarbeitet, weniger als wenn die Emotionen sozusagen mitspielen, die Hormone machen weniger und ihre Emotionen machen weniger. Einfach so ist hier, wie es der Nobelpreisträger John Eccles gesagt hat, der immaterielle Geist durchs Gehirn geschlichen und hat an den Neuronen ein bisschen gezupft oder ihnen gesagt, jetzt bleibt mal ein bisschen ruhig. Dass das nicht so war, sehen wir auf den nächsten Bildern. Was wir nämlich hier sehen, ist Aktivität, die man nur gefunden hat, unter dieser zweiten Bedingung, nämlich, wo die Versuchspersonen darauf achten sollten, dass sie ihre Emotionen sozusagen im Zaum erhalten sollten. Und was sieht man hier? Das ist auch wieder ein Schnitt durchs Gehirn in dieser Richtung, aber weiter vorn. Hier ist also das Frontalhirn angeschnitten und das ist ein bisschen weiter hinten, aber es ist auch noch frontal. Ein Gehirnbereich, der auch für die Emotionsregulation zuständig ist. Also nicht dafür, dass die Emotionen einfach so automatisch aufbrauchen, sondern der dafür sorgt, zu sagen, soll ich das wirklich tun oder soll ich das vielleicht nicht tun, der also, ja, reguliert Emotionen und nicht einfach nur Emotionen auslebt. Und die Tatsache, dass in der Hemmungsbedingung, also in der Bedingung, jetzt passt mal auf, bleibt cool, dass diese Bereiche hier aktiv waren, zeigt ganz deutlich, in Verbindung mit den Bildern, die wir gerade eben gesehen haben, was da passiert. Hier sind tatsächlich Bereiche im Frontalhirn, die dafür sorgen können, durch ihre Aktivierung, dass andere Bereiche im Hirn, die normalerweise automatisch aktiviert werden, eben nicht mehr so aktiv sind. Es geht also, ganz nach Woody Allen, dass wir sagen, Frontalhirn an Mandelkern, komm, bleib cool, Junge, du musst jetzt nicht besonders aufdrehen, denn ich will das jetzt so. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass das nicht bloß bei, ich sag mal, sehr positiven Emotionen der Fall sein kann. Wir wissen ja heute, dass es möglich ist, durch, nun früher sagte man das gute Wort, heute würde man sagen, operational sehr gut durchgeführte, psychotherapeutische Interventionen, dass man also durch ein Wort etwas beeinflussen kann. Wenn ich also zum Beispiel jemandem klar mache, dass er vor Hunden keine Angst haben muss, obwohl er vielleicht mal gebissen worden ist, weil Hunde in dem Fall jetzt gar nicht schlimm sind und so weiter. Also wenn ich sozusagen mit ihm drüber spreche und ihm das klar mache und ihm auch klar mache, er hat die Kontrolle, er muss nicht überwältigt werden, dann klappt das einerseits und wir haben erste Hinweise, warum das klappt. Es klappt nämlich aus dem gleichen Grund. Es ist möglich, dass sozusagen unser kritischer Verstand, der im Frontalhirn sitzt und der dichte Verbindungen nach unten hat, dass der Areale in ihrer Aktivität beeinflusst, die normalerweise automatisch aktiv werden und der denen sozusagen sagen kann, bleibt mal ein bisschen cooler, regt euch nicht so auf, der also durch seine Aktivität die Aktivität von anderen Bereichen hemmen kann. Das klappt natürlich nur, wenn hier vorne Nervenzellen sitzen, die auch sozusagen das Ruder fest in der Hand haben. Und das wiederum klappt nur, wenn die gut gelernt haben, wofür sie stehen und was sie tun sollen. Das wiederum kann nur passieren, weil diese Gehirnbereiche hier vorn, das sind die, die im Laufe der Entwicklung vom Säugling zum erwachsenen Menschen als allerletzte heranreifen und erst wenn sie herangereift sind, können sie was lernen. Und dieses Reifen, das geht bis in die Pubertät, wie wir heute wissen, sogar bis nach die Pubertät. Und in der Pubertät gehen sogar manche Verbindungen wieder kaputt und es wird alles ein bisschen neu konfiguriert und deswegen geht es da auch so drunter und drüber mit den Emotionen. Was wir aber daraus auch sehen können, ist, wenn hier vorne die Nervenzellen noch gar nicht richtig da sind oder noch nichts gelernt haben oder noch nicht richtig verbunden sind mit dem, was da schon ist, dann können die natürlich auch dem Anderen nicht sagen, du musst jetzt das oder du sollst jetzt das sein lassen. Das Frontalhirn macht, neurobiologisch ausgedrückt, unter anderem vor allem eine Hemmung anderer Areale und es hemmt sozusagen das, was wir sonst automatisch tun würden. Eben Spaß haben, was essen und so weiter. und es sorgt dadurch dafür, dass wir längerfristige Pläne durchführen können und nicht immer abgelenkt werden, wenn unser Körper gerade sagt, du, ich mache jetzt was anderes. Das klappt aber natürlich nur, wenn hier die Repräsentationen, also die Nervenzellen, die für irgendwas stehen, gelernt haben, für was zu stehen und gut verbunden sind mit den anderen Arealen, die automatisch funktionieren. Es ist möglich, Gott sei Dank, dass unser Gehirn aufgrund längerfristiger Ziele kurzfristige Versuchungen nicht verfolgt, denen sozusagen widersteht. Und es ist tatsächlich heute so vorzustellen, dass es dann eine Balance gibt, wenn dann eben die Angst zu stark wird, bei dem, der manchmal Angst vor uns hat, wenn bei einem Triebtäter vielleicht die Möglichkeit, die aufbrechenden Areale der Gefühle zu hemmen, versagt, dann kommt es eben zu dem doch wieder automatischen Verhalten, das eben nicht mehr gesteuert werden kann durch Pläne und durch Hemmung von anderen automatisch reagierenden Zentren. Im Prinzip geht es aber und es ist schön zu sehen und auch beruhigend zu sehen, dass wir heute diesen Prozessen in gewisser Weise schon zuschauen können. Das sind alles noch Gruppenuntersuchungen, weil die Methoden erst in dieser Zeit, ich sag mal die letzten zwei, drei Jahre, genau genug werden, dass man es im Prinzip auch im Einzelfall machen könnte. Dass wir also im Prinzip auch bei einem Menschen nachschauen könnten, wie gut ist der unter verschiedenen Bedingungen in der Lage, seine Pläne zu verfolgen und nicht automatisch zu reagieren und sozusagen seinen Gefühlen immer freien Lauf zu lassen. Und ich gehe davon aus, dass man in den nächsten Jahren solche Methoden immer weiter benutzen wird, um den Menschen insgesamt besser zu verstehen und um vielleicht auch im Einzelfall besser zu verstehen, was einen Menschen zu irgendwas bewogen hat und warum er vielleicht gar nicht anders konnte, als so zu handeln, wie er gehandelt hat. Untertitelung im Auftrag des ZDF,